Hallo miteinander, ich bin Urs Nössli, Bassist, Basslehrer und Autor von verschiedenen Lehrbüchern. Neben dem Einzelunterricht biete ich auch eine ganze Reihe von Intensivkursen in Kleingruppen an, zum Beispiel Harmonie-Lehr, Impressation, Slap-Technik, Musikstil und so weiter. Alles die Küsse, die speziell auf den Bass ausgerichtet sind. Im nächsten Teil seht ihr einen Ausschnitt aus dem Kurs Akkordspielen mit Mallory und Patrick. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Falls du dich selber für einen Intensivkurs interessierst und vielleicht dazu noch Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Danke für seine Loben. 2, 3, 4 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20, 21, 21, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 21, 22. Vielen Dank.